Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness für den PC. Im letzten Mal haben wir die Halle der Jahreszeiten betreten und eine die mit dem Stein abgeschlossen oder dem Blatt. Oh, das könnte auch ein rapferndes Blatt sein, dann wäre das natürlich Herbst und das andere mit dem Windfrühling. Ich habe aber echt überhaupt keine Ahnung, wow, der ist nicht mehr, der ist nicht mehr verbuggt, der ist nicht mehr stuck, der läuft jetzt, oh Gott. Ja, mit ganzen 2645 Euro in der Tasche gehen wir dann jetzt einfach mal in die Halle mit dem Windsymbol. Gucken, wo uns das hinführt. Passiert was? Ich habe das doch gedrückt. Sind die hier jetzt aufgegangen? Keine Ahnung. So, hier ist glaube ich wieder Glücksspiel. Einer von den drei Hebeln macht die Tür auf und die anderen machen die Dinger hier unten auf. Aber da unten will ich nicht hin. Deswegen werde ich da laden, weil ich gehe jetzt nicht jedes Mal hier wieder rum. Als Kind hätte ich das bestimmt damals noch gemacht. Nope. Okay. Aus drei möglichen haben wir die beiden falschen erwischt. Das nenne ich eine gute Bilanz. Okay, Wind. Ich frage mich, ob die Halle, also der Name der Halle vielleicht einfach schlecht übersetzt ist und eigentlich heißt die Halle irgendwie, keine Ahnung, die vier Wetterlagen oder sowas. Und da ist halt trocken, windig, Schnee und Regen. Oh, fuck. Wie hieß das hier jetzt gerade? Odem des Hades. Ist auf jeden Fall windig. Oh Gott. Okay. Du hier siehst aus, als könnte ich dich wegmachen. Okay. Oh je. Hier ist ein Hebel. Und da müssen wir erst mal gucken, was wir da jetzt machen mit dem Odem. Das ist bestimmt schon wieder auf Zeit, oder? Aber es ist nur das, ja? Also es ist nur... Nur das. Ja, hier liegt noch Muni. Sogar zweimal. Die hätte ich fast übersehen. Aber ob das jetzt auf Zeit ist, weiß ich nicht. Oh! Okay. Ich merke schon. Okay. Ich habe gerade das Gefühl, dass das Einzige, was dieser Wind macht, ist diese Dinge zu bewegen. Ja, die Sprünge sind leider wieder genau so, dass man nirgends drauf kann. Das ist echt zum Kotzen. Zumal man sich an den Dingern auch, glaube ich, nicht festhalten kann, ne? Mhm. Was mache ich denn da? Den vielleicht? Nee, hatte ich schon probiert. Na gut, wenn ich warte, bis sich das... Bis das Ding hier nach hinten schwingt. Schwingt nach hinten. Und jetzt vielleicht. Ja. Dann auf den. Und dann durch. Das war ein komisches Rätsel. Danke für den zweiten Stein. Jetzt muss ich trotzdem noch zurückkommen. Na, great class. Den habe ich lange nicht gemacht. Oh Gott. Hoch. Oder wiedersehen. Ja, okay, das ging wesentlich schneller, als ich das jetzt gedacht habe. Wir sind wieder in der Halle der Jahreszeiten. Und mal gucken, wo uns die dritte hinführt. In welches Leben. Nehmen wir mal Schnee. Nehmen wir mal Schnee. Winter. Wieder mal eine Wahl zwischen dreien. Ja, ich sehe da oben sind immer so Hinweise. Also es ist nicht wirklich Trail and Error. Scheinbar müssen die irgendwie zusammenhängen. Weil hier ist noch das Erd-Symbol drüber. Hier ist noch das Wasser-Symbol drüber. Und hier ist ein... Achso, hier ist nochmal der Schnee. Achso, muss man einfach quasi das Matching finden. Ah, okay. Das war das Rätsel. Gut, habe ich gar nicht darauf geachtet bisher. Sorry, mein Fehler. Zuflucht des Feuers. Ja, sehr winterig. Oh, fuck. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Okay, ich sprinte einfach... Ich wollte sagen, ich sprinte einfach mal durch und bin dann das erste mögliche Loch gefallen. Tschüss. Oh, fuck. Was denn da passiert gerade? War ich einfach von Anfang an irgendwie schon zu langsam, kann das sein? Das wäre natürlich belastend, weil ich habe seit Beginn des letzten Parts... Das ist nicht gespeichert. Ah, okay. Ja, da unten kommt dann immer so eine Druckwelle. Sobald das Feuer hier einmal durch ist. Mach doch schneller. Alter, hör doch mal auf. Immer erst so anzulaufen. Das ist echt... Das ist echt zum Kotzen. Holy fuck, Alter. Dafür muss es doch irgendeinen Fix geben, oder? Wahrscheinlich mit Controller. Wenn ich irgendwie mit Controller spielen könnte... Äh... Sehe das Ganze vielleicht anders aus. Und das ist leider auch nicht zum ersten Mal jetzt passiert, dass sie irgendwie im Sprung einfach die Richtung ändert. Und zwar extrem. Und es ist auch nicht zum ersten Mal passiert, dass man einfach viel zu weit springt. Beziehungsweise die Sprünge einfach so schlecht gebaut sind, dass man eben nicht vom Ende der Kante abspringen muss, sondern wahrscheinlich irgendwie von... Keine Ahnung, ich probiere es nochmal. Ja, das ist eben... Ja, also ich verstehe die Kritik, die es gibt an dem Spiel. Und es tut mir so weh. Weil insgesamt ist das Spiel halt so gut. Der Gedanke dahinter macht es wirklich zu einem der absolut Besten in der Reihe. Aber dass eben wirklich einfach dieser technische Feinschliff fehlt... Das ist echt mega, mega traurig. Ich warte jetzt nochmal. Kommt das Feuer jetzt nochmal hier durch, oder? Oder nicht? Ich glaube, hier rückt zu, werde ich jetzt keinen Zeitdruck mehr haben, oder? Ich meine, ich habe das Rätsel ja geschafft. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein gefährlicher Sprung, du. Holy shit. Und ich muss jetzt doch nochmal kurz hier mal einen richtigen Speicherpunkt setzen. Das habe ich beim letzten Part, glaube ich, nicht gemacht, am Ende halt. Und auch wenn ich jetzt hier schon was gemacht habe, aber ich will nicht, falls ich jetzt doch irgendwo mich festbugge und laden muss, oder fair safe state, will ich nicht zwei Parts nochmal komplett noch gespielt. So, Wasser. Und wenn ich das Rätsel jetzt wirklich richtig verstanden habe, dann ist hier auch wieder Wasser. Und sollte damit der Weg sein. Ja. Cool. Cool. Vierde und letzte Jahresseitenhalle. Halle des Neptun. Kann ich gleich laden. Wenn sie schon wieder, wenn sie, sie wird abgeschossen und was macht sie? Seelen ruhig an die Seide stolpern. Und hier, manchmal funktioniert es ja. Man hat der jetzt gerade gesehen. Als ich jetzt gerade angelaufen bin. So. Fuck off. War jetzt entweder gut oder mega schlecht, dass ich ihn da runtergebracht habe. Weil ich glaube, ich musste auch gleich runter. Und es könnte jetzt natürlich echt ätzend sein, dass ich ihn da runtergebracht habe. Auf der anderen Seite findet man hier gerade sehr viel Schrotflintenmunition. Vielleicht ist es auch so angedacht, dass man ihn ein paar Mal einfach abschießt. Hm. Gut. Wo sind wir denn hier? Unter Wasser? Gut. Okay, das war jetzt irgendwie leicht predictable beim Titel Halle des Neptuns. Hast du einen Schalter her? Oh, ich habe gerade echt nicht gesehen, dass da so Hacken waren. Schwer dann. Das blöde jetzt. Okay. Kann ich hiermit noch irgendwie was machen? Oder? Nee. Ja, dann schwimmen wir wieder raus. Es wird wahrscheinlich jetzt den Raum, in den ich vorhin den Typen reingeworfen habe, geflutet haben. Damit ich da auch schwimmen kann, oder? Und nicht durch Fallschaden beim Reingehen sterbe. Und das sollte ihn dann damit ja auch erledigt haben. Da habe ich kurz Angst bekommen, weil ich das Wasser nicht gesehen habe. Okay, erstmal umgucken. Wir haben auf jeden Fall Hardcore-Spiegelung. Man dreht sich im Wasser jedes Mal um 45 Grad. Und die Spiegelung ist leider so stark, dass ich nicht gucken kann, was hier unter Wasser ist. Ich könnte aber hier an Land gehen, wenn ich das richtig sehe. Licht. Okay. Also muss ich hier unten irgendwo durchschwimmen, nehme ich an. Da liegt ein Medipack. Das können wir uns erstmal noch holen. Ein netter Schatten-Effekt hier. Okay, wir können es uns doch nicht holen. Aber da geht es durch. Gut. Machen wir Luft holen. Und runter. Wenigstens funktioniert die Schwimmsteuerung quasi noch genauso wie in den Vorgängern. Nur besser. Also die ist nicht schlechter geworden, sondern nur noch ein bisschen responsiver. Und gefällt mir. Okay. Wie hoch ist es jetzt gestiegen? Ist es hoch gestiegen, dass ich hier oben trotzdem noch Luft holen kann? Ja. Okay. Und ich muss sogar, glaube ich, jetzt an Land gehen. Wir haben hier mehrere Türen. Fangen wir einfach mal hier an. Keine Ahnung, was da jetzt jeweils dahinter ist. Oh. Aha. Auf jeden Fall schon mal Items. Das da sieht aus, als wäre das der richtige Weg, weil da noch so eine Luke ist. Okay, also gehen wir denen als letztes. Ich habe hier schon gesehen, dass hier Munition kommt, wenn ich quasi an den nächstlinkeren gehe. So. Ja. Hinauf. Danke dafür. Ich weiß aber echt nicht, für welche Waffe es ist. Bestimmt für die ganz normale Waffe. Die hier, oder? Dafür habe ich... Nee. Hä? Oh, Viper MP. Viper MP. Hm. Ich habe... Habe ich das gar nicht gesehen? Ich habe tatsächlich über 100 Shows für die Schrotlente. Okay. Ja, ich habe ja auch ein bisschen gesammelt für die, ne? Ich erinnere mich. Ihr euch vielleicht auch noch. Und hier lang geht es gar nicht raus? Okay. Gut. Da lang auch nicht. Na dann... ...bleibt ja nur noch der Weg, der scheinbar der richtige war. Ich bekomme richtig, richtig, richtig Bock auf Tomb Raider 2. Also ich denke mal, eines... Also das nächste Tomb Raider, was ich dann let's playen werde, wenn ich mit Angel of Darkness fertig bin, dann irgendwann mal, äh, wird wirklich erstmal Tomb Raider Legends sein, weil das auch relativ kurz ist. Und das kenne ich, das kenne ich wirklich so ziemlich in- und auswendig. Also ich glaube von allen Tomb Raidern kenne ich das am besten. Ähm, und wie gesagt, das ist relativ kurz. Äh, das könnte man irgendwo relativ einfach mal zwischenschieben. Nimm das. Nimm das. Wurde ich da jetzt ganz so nach oben getrieben? Keine Ahnung. Weiterschön. Luft. Ist auch offenbar nur Luft. Ist aber okay für mich. Ähm, ja, Underworld würde ich dann... Ja, mal gucken. Also, hab ich... Ich hab's soweit jetzt natürlich noch nicht... Plant. Okay. Dafür bekomme ich also die ganzen Medipacks. Das dauert sehr lange, bis man laden kann, wenn man tot ist. Okay, nochmal. Ähm, ja, aber ich würde dann, wie gesagt, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, äh, irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft eben echt gerne mal wieder Tomb Raider 2 aufnehmen. Hatte ich ja schon gesagt, einmal mit, äh, eben jetzt besserer Videoqualität, besserer Soundqualität und mir mit neuen Sachen zu erzählen und so weiter. Äh, hätte ich mal wirklich Bock drauf. Zumal das letzte Let's Play jetzt halt auch schon wieder ganz paar Jahre her ist davon und das noch eins dieser Spiele ist, das würde ich am liebsten einmal pro Jahr spielen, weil ich das so mag. Okay, hier muss ich jetzt oben links... Ach, komm schon. Komm, jetzt fliegt der durch. Hier muss ich durch. Alter, warum... Sackt sie denn immer so komisch ab? Einer von den Wegen ist jetzt der richtige. Ja, da war Munition, hab ich gesehen, geht jetzt nicht gleich. Ähm, ja, und ich überlege jetzt halt gerade so, darauf wollte ich jetzt hinaus, ähm, dass ich noch nicht weiß, ob ich als nächstes dann... Also, ob ich erstmal alle Toon Raiders jetzt fertig mache, also Legend und Underworld noch, die fehlen ja noch. Oh, fuck. Oder ob ich mich doch erstmal dazu hinreißen lasse, den zweiten nochmal aufzunehmen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber so oder so, ich werde den zweiten definitiv... ...nochmal aufnehmen, da habe ich echt Bock drauf. Okay, ist hier unten noch was, oder soll ich denn jetzt einfach ganz schnell zurückschwimmen? Ich glaube, ich sollte einfach ganz schnell zurückschwimmen. Oder bist du hier noch ein Item? Ähm, du bist doch, genau, du bist doch der Stein. Okay, wo war jetzt der Ausgang? Fuck, wo war der? Oh, oh, ich kann hier hoch, sehr gut. Ich hatte den Weg gerade nicht mehr gesehen. Einmal was Kopfschmerzen. Bitte sag mir, dass hier Luft ist. Ach. Gut. Und dieses Ding, was ich da jetzt gerade geöffnet habe, das sollte mich wahrscheinlich wieder rüber in den anderen Raum bringen, wo ja auch genau so ein Ding war, exakt. Und dann kann ich hier ganz easy wieder durch zurückschwimmen. Und dann haben wir die alle aufwärtig. Sehr schön. Ach so, ja, wo ich gerade beim Thema Tomb Raider Aufnahmen bin. Wie wir das dann mit den Reboots machen, das weiß ich noch nicht. Also, wie gesagt, ich würde denen gerne nochmal eine Chance geben. Einfach, ich hatte damals das Reboot von 2013, hatte ich angefangen aufzunehmen. Fand das ziemlich kacke. Und hab's dann irgendwie nach dem achten Part oder so abgebrochen. Und dann halt diese ganze Geschichte nie wieder angefangen. Ich besitze Tomb Raider von 2013. Ich besitze Rise of the Tomb Raider. Ich besitze Shadow of the Tomb Raider. Aber ich konnte mich bisher nie wieder dazu überreden, die Dinge anzufassen. Ich habe sie nur im Sale halt gekauft, inklusive DLCs und so. Weil ich wusste, okay, eines Tages werde ich die wahrscheinlich noch spielen. Und ich wollte dem Ganzen halt nochmal eine Chance geben. Ich weiß aber eben nicht, ob ich das dann mit Aufnahme mache oder nicht. Weil die sind ja auch ein bisschen länger. Eben dadurch, dass man halt so ein Open-World-Kram-Gedönster hat. Ich mag Open-Worlds, aber eher in JRPGs und sowas zum Beispiel. Ja, fuck, bin ich dumm. Oh nein. Oh, gut, dass ich hier jetzt die Last gespeichert habe. Weil mir ist gerade aufgefallen, ich muss die Steine ja noch einsetzen. Bringt mir noch gar nichts runter zu gehen. Da, wo wir reingekommen sind, hatten wir doch so eine Vertiefung in einer Wand. Ja, und ich habe dann halt Angst, dass es dann irgendwie so eine 60 Part-Let's-Plays werden oder so. Und das kann ich mir, glaube ich, dreimal dafür echt nicht antun. Dann würde ich die lieber privat spielen. Ich glaube, der erste ist halt noch vergleichsweise kurz. Und ich würde in diesen Let's-Plays auch sicherlich nicht alles machen. Weil mich das bei Tomb Raider einfach nicht reizt. Weil Tomb Raider für mich einfach was anderes ist. Aber, ja. Ich kann ja auch nicht zu voreingenommen, wenn das Ganze reingeht. Nun, wir gucken mal, wir gucken mal. Auf jeden Fall erstmal Legend, Underworld und nochmal den zweiten. So, da, das wäre jetzt zuerst mal mein nächster Tomb Raider-Plan. Über die nächsten Jahre. Und dann halt. Weil, wie gesagt, die sind so hoch gepriesen, die Reboots. Also muss ja irgendwas dran sein. Ich habe halt den Spaß daran nicht gefunden damals. Aber, vielleicht existiert er ja doch. Jetzt muss ich diese Tür finden. Da bin ich erstmal richtig durchgesprungen. Vielleicht ist es besser, in die andere Richtung zu gehen. Weil, ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade... ...ewig brauche, um da anzukommen. Das habe ich befürchtet. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Habt ihr das gesehen? Sie ist dagegen gelaufen und wird wieder langsam. Und dann fängt sie nicht an, wieder anzurennen. Das ist so... Das ist so schlimm. Das ist so kacke. Wieso hat man denn da nicht aufgepasst? Also... Ja, wie gesagt, ich verstehe, es gab Entwicklerdruck und alles. Aber trotzdem, es gibt so grundlegende Sachen. Die müssen einfach funktionieren bei einem Videospiel. Okay, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt hier vorlaufe, fährt das, glaube ich, los. Gucken wir mal. Ja, ich höre es vorn. Aber hier ist die Tür. Also, wenn ich schnell genug bin... Das Ganze erinnert mich übrigens extrem an einen Raum aus God of War 1. Diese ganze Halle der Jahreszeiten. Aber durch die sind wir jetzt erstmal durch. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu meinem Albtraum-Level. Und ich bete, dass es noch nicht so ist, sondern dass es doch erst später kommt. Aber ich... ...fürchte... Ne, das ist es auf jeden Fall noch nicht. Wo sind wir denn hier? Immer noch Halle der Jahreszeiten, oder? Ja. Mal einen Raum, an den ich mich ja schon wieder gar nicht mehr erinnere. Da haben wir ein Windventil. Naja, drehen wir erstmal. Gucken, was bei rumkommt. Okay, hier wird jetzt Wind durchgepustet. Keine Ahnung, was es gebracht hat, aber hey. Das habe ich nicht gedrückt. Ich wollte an der Leiter vorbei und an den Balken da springen. Und der Plan besteht immer noch. So leicht lasse ich mich noch nicht abschütteln. Hier ist eine Leiter, aber die Leiter ist hinter einem... Ach, ne. Ach, ne. Ich glaube, das ist eher der Weg, wie man da hochkommt. Ich glaube, ich habe einfach abgekürzt. Und sorry, dass ich gerade schon wieder gegen das Mikro geschlagen habe. Ich habe gar nicht hochgeguckt. Ich hätte natürlich mit der Kamera auch einfach mal hochgucken können. Okay, hier haben wir den Stein. Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll, wirklich. Das sind definitiv Steine, das ist ja. Aber dann ist es doch wirklich eher wieder die Halle der Elemente und nicht die Halle der Jahreszeiten. Wurde da wirklich einfach falsch übersetzt? Ich weiß nicht, wie der Out im Englischen heißt. Aber ich kann es rausfinden. Ich versuche das nach dem Part mal rauszufinden. Aber auch wirklich erst danach. Okay, wir haben da noch zwei Ventile offen. Also ich denke mal, dass ich alle vier Ventile betätigen muss. Das Problem ist nur, das habe ich von oben schon gesehen, dass wir hier eins haben und dass wir irgendwie nicht rankommen. Das ist ein bisschen schwer. Den kann ich doch bestimmt in die Lava schubsen. Komm mal her, Kumpel. Komm mal her. Aber jetzt, einmal darfst du jetzt wirklich einfach herkommen. Und nicht rumbacken. Komm. Ich drehe mich sogar weg. Ich gucke nicht hin. Na gut. Wenn du da unten bist, ist es auch okay. Da kommst du mich zumindest nicht wieder hoch. Habt ihr das gesehen? Ich bin ganz, ich bin einfach nur geradeaus gesprungen. Und sie dachte sich im Flug einfach mal... Nee, 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 nee. Geradeaus wäre ja zu einfach. Okay, es fehlt immer noch das Feuer... Also das, das, das... Das Wasserventil fehlt noch. Aber wo ist denn das? Ja, da ist das Schneeventil. Beziehungsweise Feuer, was auch immer. Da war ich. Moment, ich muss da immer nur die Rohre... Röhren verfolgen. Da muss der das ja eigentlich dahinter sein, oder? Ihr habt es gehört, oder? Sie hat... Gemacht. Ich habe... Sie hat auf meine Springen... Auf meinen Springenbefehl reagiert. Aber hatte dann eine Minute... Eine Sekunde später... Aber keine Lust mehr. Da ist es, ja. Wie soll ich denn da hinkommen? Au! Ich sehe es. Das ist belastend. Also erst mal nochmal hier hoch. Moment. Moment. Ich verstehe das hier noch nicht. Kann ich... Kann ich hier auch rüberklettern? Dann würde ich das erst mal machen. Um nochmal auf die Ebene zu kommen. So, da waren wir zwar schon. Also da müssen wir jetzt direkt nicht hin. Aber... Wir müssen auf die oberste Plattform von diesem Mittelding... Oh fuck, wir sind bei fast 30 Minuten. Sorry, Cut kommt gleich. Oh fuck, wir sind bei fast 30 Minuten. Oh fuck. Ja, ja. Die Technik. Wir müssen gar nicht auf die oberste. Wir müssen auf die hier. Kann sein, dass es die oberste ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Ich gehe noch das eine Ventil drücken... Und dann mache ich auch den Part aus. Ich sage das immer so, weil ich mir selbst so sage... Ah, Moment, ich mache nur noch 1-2 Minuten. Fuck. Keine Sorge, der Part dauert nicht viel länger. Aber ihr seht ja, wenn ihr den Part anklickt, schon wie lange der ist. Da steht er ja schon fest. Das vergesse ich immer wieder. In einem Livestream würde das anders Sinn angeben. Aber in der Aufnahme natürlich nicht. Das ist mehr nur für mich. Hier ist ja kein Live-Publikum leider. Hier ist das Wasserventil. Jetzt ist halt die Frage, kann ich... Ist das Feuerventil jetzt offen oder immer noch nicht? Das würde ich zumindest noch schnell gucken gehen. Aber dann... Ja, es ist offen, ich sehe es. Gut, dann stelle ich mich davor. Und würde an der Stelle schon mal sagen... Wir sehen uns dann im nächsten Pfad wieder. Und bringen dann diese äußerst mysteriöse alte Gerätschaft zum Laufen. Und mal gucken, wo uns das hinführt. Ach so, liebe Leute. Bis dann. Und... Auf Wiedersehen.